Das sind richtig schwierige Fragen hier. Stell dich kurz vor. Ich bin Johannes Hübner und NBWL-Trainer in Ursprung. Hast du einen Spitznamen? Joe. Wie alt bist du und wie lange bist du schon in Ursprung? Ich bin 31 und seit drei Jahren in Ursprung. Warum bist du nach Ursprung gekommen? Eine große Tradition und eine große Zukunft. Was macht Ursprung für dich so besonders? Es ist ein ganz besonderer Ort, an dem man individuell auf die Spieler und Menschen eingehen kann und perfekte Bedingungen sind, aus den Jungs Persönlichkeiten und Profis zu machen. Was ist jetzt schon deine schönste Urspringerinnerung? Die Playoff-Teilnahme mit der Pro A in der Saison 18, 19. Was macht für dich Arbeiten in Ursprung aus? Freiheit selber gestalten zu können. Was sagst du zum neuen Pro A Head Coach? Gute Wahl und ich hatte schon zwei intensive, tolle und erfolgreiche Jahre mit ihm. Bis habe es schohlen. �a einen einzelnen Besten undtag wieder repeating.